Choose your character. Hey, big ball. Wo ist denn, der hilft uns nochmal? Komm mal, hey, scheiß Drons. Rich and powerful in Leeds. Okay. Boah. Wie der hat charged. Okay, mit dem ist aber nicht zu spaßen. Muss möglichst den Schissen ausreichen. Ey, ich kann die Snipern. Hab ich das Ding aufgenommen? Jupp. Boah, ich muss doch nur anvisieren. Das ist, ey, das ist total irrenlos. Ich hatte gar keine Zeit dafür. Stürme mich doch lieber drauf und mach dich fertig. Boah, ich zielen kann, haben die schon längst geschossen. Boah, der Jethammer. Ja, jawohl. Aber die Jorden. I got your back. Boah, die Slam. Boah, das denn? Greifen wir mal ein. Beide. Nicht schlecht. Boah. Helikopter-Drone. Boah. Oh mein Gott, klar. Schön, dass die mal so viel Schaden machen. Oh wow, ein Schuss nur. Shield-Drone. Meine Güte. Okay, ich bräuchte Heilung. Boah, die haben ja komplett Schilden überall. Moment, kann ich das auch de-equipen? Ich brauche mal ein Leash. Hab ich noch nicht. Okay. Oh. Genauso. Schön durchbrochen. Oh, die explodieren. Sauber anstellen. Das Wichtung nicht direkt einsetzen. Der lebt noch. Kann sich aber auch nicht selber verteidigen. Der explodiert. Den haben wir da jetzt. Flying-Drone. Fisch wird immer aus der Luft. Kann man ja Mist fliegen. Ich krieg die gar nicht. Wir sehen auch noch komplett den Fallstab. Oh, der explodiert. Schon weißt, wenn ich den mal treffen würde. Geht doch. Geht mit den Heavy-Attacks nach. Mein Jethammer fliegt meinen Arsch. Okay, das war eine Heavy-Attack, aber... Den hier meine ich. Boah, mein Ding voll in den Arsch. Au. Ja, geil. Bridge-Bombing. Ja, toll. Und wo sollen wir jetzt hin? Oh, fuck. Laser-Drone. Ich glaub, wenige von denen. Oh. Er hat mich zerselbelt. Was für ein Laser-Strahl. Oh, klasse. Den krall ich mir mal als erstes. Hallo? Wo geht's? Oh, ist er aus der Luft? Ist ja gar nichts mehr. Ich bin schon komplett. Wieder silber. Ich hab das Gefühl, dass ich immer weniger Punkte für die Mission kriege. Ich hab das Gefühl, dass ich nicht mehr, dass ich nicht mehr, dass ich nicht mehr, dass ich nicht mehr, dass ich nicht mehr. Geh es einfach, Boss. Geh es einfach. Ich glaube, es ist wirklich Zeit, dass ich es Zeit für die Türkei bin. Bite wie das und du bist gut als die. Buh! 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 Sorry, Mr. Jack. Wir sind nicht gut, dass du hier bist. Save mir ein Rib-Eye. Wir sind es uns geholfen. Okay, wir brauchen wieder Punkte. Da kommen die auch schon. Ey. Hallo? Die kann nicht draufbauen. Tenet-Kombo. Wollen wir die mal aufrechterhalten. Okay. Aber... Da oben kommen die. Ich wusste es einfach. Das ist Regelsäuer. Der Kombo, glaube ich, im Arsch. Wenn man getroffen wird. Sollte ich eigentlich weg sein? Heilung. Wir sind ein bisschen. Das ist alles daneben. Aber die rennen wieder weg. Da kommt ein Krieg. Der rennt da hinten rum. Das ist der Rote, glaube ich. Immer ganz schnell fertig. Wo ist er denn? So ein Helikopter, oder? Da. Ah, Kacke. Hier komme ich an den dran. Mann. So. Da kann ich rein. Wow. Immer so übel. Er schießt automatisch die ganze Zeit. Piledriver kann ich mit dem Teil machen. Oh, yeah. Die Viecher da. Das ist praktisch. Muss ich nicht gegen die kämpfen. Spare massliche Energie. Ey, fuck. Da unten ist ein Raketenwerfer. Piledriver. Okay, den Raketenwerfer sparen ich mir für den Boss auf. Jetzt kann Antid nicht verschwinden. So arschviele Punkte, ey. Das ist aber grad nicht wirklich viel hergegeben. Okay, die rennen wieder weg. Kommt ein Viech. Aber euch krall ich mir trotzdem noch. Oh, ja. Weiß ich schon, was ich mache. Das andere Selbstmord. Weiter geht's. Exegution. Oh, das ist so viel. Geht doch. Okay, haben wir das Ding. Jetzt kommen die noch von da oben. Keine Chance. Jetzt zieht er unten. Okay, jetzt zieht er auch. Superpowers. Vielleicht nicht den Raketenwerfer verwenden. Boss only. Schon. Meine Schuhe im Arsch. Ah, rennen die wieder. Joa. Ich lass das ein Helikopter sein. Ich wär so ein Mutantenviech. Aber ist er nicht gespawnt. Okay, da hinten. Ach, er. Das ist kein Problem. Ich komm... Ey, das ist doch kacke. Ich kann doch nicht mal wegrollen. Geht doch. Cruel and unusual. Oh, shit. Ich hau schon ab. Hier dürfte eigentlich nichts sein. Hey, da kommt ein Viech mit einem Item wieder. Oh, mal gucken, was er bei sich trägt. Oh, die Kiste steht da nur so rum. Noch ein Raketenwerfer, aber... Ich hab... Oh, ich hab schon einen. Ich kann auch zwei haben, wenn ich zu sein. Ah, das hat das Ding noch... Okay. Wie wurde das jetzt aufgefüllt? Komm schon. Einen Schuss hab ich noch. Ketenwerfer, ich komme. Wollen wir jetzt das Ding mal benutzen. Warum nicht? Oh, yeah. Was ist übel. Boah, guck mal. Viele von denen. Alter. Müssen wir machen. Was geht's? Nennen wir zu viele. Oh. Was ist das denn für ein schwarzes Loch? Wie hält das so lange an? Okay. Free Mission Gunfight. Alter, das sind so viele. Verzische ich mich für das Erste. Wollen wir erkennen einfach. Der ist fast down. Oh, wow. Let's go. Boah. Der Auseinandergauen. Gunfight. As many enemies as possible. Hm. Klasse. Die fehlen mir noch. Trang nämlich einiges. Shit. Explodiert. Okay. Piau. Was ist der Luft? Oh. Sniper-Munition. Das würde ich umsonst gar nicht fight. Das hebe ich mir auf. Du hast die Munition explodiert. Triften wir leichter. Da hinten. Auch da stehen bleiben können. Shit. Hättest du stehen bleiben sollen. Okay. Okay. So. Der da unten. Wer ist der Idioten? Scheint irgendwie Maus zu sein. Egal, stand die da nicht auf dem Dach. Ich will mit mir. Hör auf. Aber das war gut. Ziemlich viele Punkte kassiert. Naja, voll. Sehen irgendwie auch nochmal mächtig Punkte kassiert. Okay. Da muss man ein bisschen konzentrieren, wenn man trifft. Gut. 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 Gut.